Mats Vogel, Kapitän der Hohen Nint U19, gerade einen deutlichen Erfolg im Testspiel beim SV Schlebusch eingefahren. Zunächst mal die Frage, wie haben Sie die Partie gesehen? Ich denke, wir haben als Mannschaft gut gespielt, wir haben uns Ziele erreicht. Die zwei Gegentore hätten nicht sein müssen und vorne hätten wir ein, zwei Tore mehr machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Team zufrieden. Und wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung und dem Zustand Ihrer Mannschaft? Wir haben vorgegen zwei Herrenmannschaften gespielt, wo wir auch zwei Siege eingefahren haben, auch ohne Gegentor. Deswegen bin ich sehr zufrieden und bin auf jeden Fall zuversichtlich für die kommende Saison. Und was haben Sie sich für die kommende Spielzeit vorgenommen? Das werden wir im Trainingslager noch speziell festlegen. Als persönliches Ziel habe ich Top 3 in unserer Liga und ich denke, mein Team wird das ähnlich sehen.